Wir probieren jetzt mal was, ob ich das tun kann, ob man so eine Baumspitze am Boden streifen lässt. Wenn ich nicht richtig packe, könnte das passieren, dass wir drinnen hängen bleiben. Und dann haltet ihr euch fest. Und wenn ich nicht packe und wir rübersteigen, passiert ja auch nichts. Einfach mal gucken, ob ich mein System so im Griff habe. Seid ihr einverstanden oder soll ich es einlassen? Ja, fertig. Also einfach schnell. Action rein. Wenn ich einmal zu viel reinheiße, dann schaffen wir es nicht am letzten Baum. Na, wir kommen der Sache ganz nahe, oder? Perfekt, oder? So, jetzt haben wir die Schwindigkeit rausgenommen. Jetzt hätten wir hier unten zum Beispiel aufsetzen können. Ja, dann wissen wir nicht, wie uns der Verfolger findet hier. Hier ist keine Straße, also fahren wir noch mit rein. Ich habe da vorne gesehen, da ist die Frage. Ich habe da vorne gesehen, wenn wir noch weiter gesehen haben. Ich habe da vorne gesehen, die Schwindigkeit rausgeführt. Was hat mich da vorne gesehen? Ja, ja, Mann, wie geht es? Ja, ja, Mann, wie geht es? Jetzt möchte ich gerne wissen, war er da auf dem, hat er schon oder können wir dann... Dann kommt eine Telefonleitung und da weiß ich nicht, ob dahinter abgehandelt ist oder ob da noch steht. Vor der Strom, hier, weißt du, an der Straße, da wo die Stromleitung, wo die Strom lang geht. Das haben wir immer noch nicht. Ich bin nicht, wir fahren jetzt so. Ich glaube, es ist einfach mal... Hallo, ich sehe hier unten eine Straße, Jungs, hinter die Bäume. Ja, warum gibt es da nicht? Mal gucken, was wir machen. Ja, ich sehe hier unten eine Straße. Ja, das ist einfach mal... So, Stellung einnehmen, Landeplätze... So, wie ich es vorhin gesagt habe. Nee, das geht hier falsch. Du solltest da hinten stehen. Und jetzt gehen Sie an! Ja. Danke. Ja. 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 Fertil Das ist doch so hoch, es bleibt ja auch nicht, es bleibt ja nur ein glattes Landung, in Nordlandung. Hey! Hey! Etwas langsam. Langsam, vorbei, vorbei. Aber, ich dachte... Ich will, dachte... Oh ja. So, jetzt geh ich raus. Jetzt geh ich ihn komplett raus. Du gehst beiseite, dass er bleibt. So, ich bin jetzt hier der Teil. So, ich bin jetzt hier der Teil. So, dass die Hülle nicht die Hülle nicht nachkommen. Ja? Doch, nicht nicht viel, sondern einfach nur die Hülle nicht nachkommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt, ich habe den Hintern, bitte vor die Hülle nicht nachkommen. Dann geht er weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich will nicht nachkommen. Dann geht's los. Bis jetzt, bis jetzt nicht nachkommen. So, du kannst Fotos machen, ja? Und schön runterziehen in die Richtung. Schön, dass es weiter nach vorne geht. Und dass es nicht hier noch da geht, weil der Wind kommt ja von da, ne? Zieh so rüber auf die Straße, schön rüberziehen. Rüberziehen, dagegen den Baum. Zieh so runter, zieh so runter. Los geht's los! Und jetzt runterfliehen auf die Farbe und links hier.